Drehleierspieler mit Spielerfahrung. Für euch möchte ich in diesem Jahr an den Lisberger Leiertagen ein besonderes Projekt anbieten. Nicht im herkömmlichen Kursformat, mit mir in der Lehrerrolle und den Teilnehmern in der Rolle der Lernenden, sondern ein kooperatives und kreatives Projekt, in dem wir gemeinsam ganz neue Musik entwickeln und arrangieren. Die Teilnehmer bekommen einige Wochen vor der Veranstaltung dafür Audioaufnahmen im Dubstil, so wie ihr sie zu Beginn und am Ende dieses Videos hört. Zuhause könnt ihr dazu dann Ideen finden, Melodiefragmente, einzelne Phrasen, rhythmische Gestaltungsmöglichkeiten, aber noch nichts Komplexeres, also kein fertiges Musikstück vorbereiten. Diese Elemente tragen wir in unserem Projekt in Lisberg dann zusammen und arrangieren diese Elemente zu fertigen Musikstücken, also von der Loop-Ebene zum progressiven Musikstück. Ich führe dabei als Moderator durch die einzelnen kreativen Phasen des Projekts. Das Ganze begleite ich mit Ableton Live, damit es auch ordentlich Wumms hat und wir unsere Ideen direkt umsetzen können. Deshalb sollte eure Drehleier mit irgendeiner Art Tonabnehmer ausgestattet sein, damit ihr euch mit großer Klinke oder XLR mit meiner Technik verbinden könnt. Das bedeutet, jeder Teilnehmer wird aktiv eingebunden sein. Deshalb beschränke ich die Teilnehmerzahl für das DAP-Projekt auf 4. Bitte bewerbt euch per E-Mail unter drehleierkurse at museum-lisberg.de für das DAP-Projekt. Ihr solltet auf der Drehleier erfahren genug sein, um mit ihr souverän und spielerisch umgehen zu können. Alle weiteren Fragen an drehleierkurse at museum-lisberg.de. Alle weiteren Informationen zu den Lisberger Leiertagen findet ihr unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ich freue mich auf intensive und kreative Tage mit euch. Herzliche Grüße, Peter Streng.